Herzlich willkommen in der Hans-Holzinger-Metzgerei. Die schmackhafte Verarbeitung von Fleischwaren zu feinsten Qualitätsprodukten ist unsere Leidenschaft. Als Fleischerei in Kirchberg an der Jagst stehen die Zufriedenheit der Kundschaft im Mittelpunkt unserer Philosophie. Deswegen verwenden wir für die Herstellung von Wurstwaren wie Räucherwurst und anderer Produkte nur ausgewählte Zutaten, die höchste Ansprüche an die Qualität und Frische erfüllen. Ob Grillfleisch, Feinkost oder Räucherware – alle unsere Produkte bereiten wir mit Leidenschaft und viel Liebe zum Detail zu. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!